Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück hier auf YouTube zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. Mit dieser Folge lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns sehr gern in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin. Macht's gut. Bye bye. Kein Hawkins. Trotz Sonderrunde kein Hawkins mehr. Korrupte. Ja, tschüss. Geht halt. Hier ist ein Jen. Geht halt. Hier ist ein Ausgang, kann das sein? In unserem Himmel. Legion. Nee, heute 17 Uhr, Susi. Wir hatten tatsächlich einmal vorhin noch Hawkins. Einmal Hawkins haben wir bekommen. Und das haben wir sogar vorhergesagt, dass wir Hawkins bekommen. Weil die Offerings sind ja schon alle raus. Du kannst ja nicht mal mehr sagen, komm zum Abschluss. Noch einmal. Hä, das tut ihm schon wieder weg. Hä? Das tut ihm schon wieder weg. Doch, Nico, die Runde 10 Uhr. Der Killer ist da. Wisst du, dass ich bei Hunger... Hast du mich mal angesehen? Ich fall frei vom Fleisch. Nicht. Nicht. Es ist aber trotzdem... Muss ich mich dann ums Essen kümmern. Das Problem ist ja, dass ich, so sie meinte letztens im Stream, sie ist wahrscheinlich wie ich, sie ist auch Stressesser. Ähm... Ich bin leider auch ein Stressesser. Das heißt, rund um die Weihnachtszeit, wenn auf Arbeit nur Chaos herrscht, werde ich wahrscheinlich nie abnehmen. Weil ich nur am Rumfressen bin. Also auf Arbeit weniger, aber sobald ich zu Hause bin. Das ist schlimm. Sehr schlimm. Aber ich habe keine Lust, es zu ändern. Boah, der Jen war fast durch. Und jetzt hat er bestimmt... Das ist auch noch ein Totem. Ich will ja nichts sagen, aber wer ist denn hier Rosenkuhl? Herr Social Media Manager. Da kommt der doch schon wieder. Oh, der... Typi. Danke, Steve, dass ich es wieder abgekriegt habe. Ich muss mal flink abhauen. Ich bin Kartenrandschleicher. Aber immerhin halt irgendjemand oben... Wir haben noch... Wir haben erst einen Jen an. Ich schaff's nicht, mich hochzuheilen und jetzt werde ich liegen. Ich bin... Help me, somebody! Halade! Guck mal, in der Jagd geheilt. Uh, Entschuldigung. Vorletzter Jen ist an. Guck mal, ich halte denen schon drei Jens hin. Gern geschehen. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Hä, ich dachte, oben der ist an. Oder ist der am Totem? Oben der ist am Totem, glaube ich. Warum sehe ich da hinten ist die andere? Oh, dort hinten ist noch ein Jen. Wann gehe ich jetzt hin? Das ist eh leer. Brauchen wir nicht. Darum steht Steve. Bleibt ja nicht gerade. Er ist doch gerade dort hinten umgefallen. Wo ist denn der jetzt her? Wo hackt denn der rum? Ja, für Killer ist es auch schwer geworden mit den Totems. Man kann sich so schnell heilen. Dort ist ein Jen, dort ist ein Jen. Und der letzte. Aber die Ausgänge sind für uns nicht so gut gelegen. Die Ausgänge, einer ist dort und einer ist hier. Der nächste Mal ist nur deine Mittagspause. Dann lass dir dein Hähnchenbrustfilet mit Jasmin-Reis an Cashew-Soße schmecken, Pando. Ich hab's mir gemerkt, weil das klingt lecker. Würde ich auch nehmen. Aprikosen-Jasmin-Reis, bitte verzeih, bitte entschuldige, das ist versehen. Ah, 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 Ah! Ah, 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 Ah! Das hat die aufgemacht. Oh, klick, klick. Warte, komm mit, komm hier. Na, lass mich doch. Geh doch schneller. Das war klar. Hey, es ist einfach rausgegangen. Sein Ernst jetzt? Oh, Junge, dann häng mich halt auf. Aber so können sie mich auch nicht aufheben, wenn ich nicht hochgeheilt bin. Oh, Junge. Er ist eh tot. Sorry, aber... Oh, ich dachte schon, ich bin auch tot. Danke, Steve. Ich muss mich bei Steve bedanken. Er hat sich geopfert für mich. Obwohl er keine geliehene Zeit hatte, ja? Entschuldigung, aber... Hätte ich vielleicht noch einen tanken können. Oh, Naked Challenge. Die machen mir alles nach. Alles. So. No problem, dude. Nice. Tschüss. 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 Tschüss.